Wie fändest du es, wenn du deine Brieftost auf dem Handy oder auf dem Laptop im Browser empfangen könntest? Das Stichwort dazu ist die Post digitalisieren und es gibt verschiedene Ansätze, wie du deine Post digitalisieren kannst. Wir schauen uns in diesem Video jetzt einmal vier Ansätze an und das geht dann von eher manueller Aufwand bis hin zu vollautomatisiert die Post zu digitalisieren. Lass uns mit einer ganz klassischen Variante starten und zwar der normale Scanner. Das heißt, wir schauen uns hier mal kurz auf Amazon und zwar, wenn du mal Scanner eingibst, es gibt zahlreiche Scanner, die deine Briefpost digitalisieren, einscannen können mit einem Einzug, ohne, mit einer Kamera von oben, ganz egal. Da findest du ganz unterschiedliche Varianten. Der Prozess, der ist hier dann bei trotzdem so, du kriegst die Briefpost erstmal nach Hause in deinen Briefkasten, musst sie natürlich dann öffnen, scannst sie ein und kannst sie anschließend in deiner Cloud oder irgendwo anders, wo deine Dokumente verwaltest, auf deinem Computer ablegen und sie dort digital verwahren. Beim zweiten Weg sind wir schon ein bisschen digitaler unterwegs. Genau, ich habe hier mal die Scan-App Scannable rausgesucht. Die habe ich für mich persönlich gefunden und nutze die selber. Ich habe nämlich hier mal einen Blogartikel drüber geschrieben, welche Scan-Apps es denn so gibt, um Brief- oder einfach Papierdokumente nicht nur abzufotografieren, sondern wirklich einzuscannen mit dem Handy. Funktioniert hier bei Scannable dann so, dass du hier eine App installierst auf deinem Smartphone, das Handy dann über das Dokument hältst, das wird dann automatisch erkennt, wo das Dokument endet und wo das Dokument liegt. Wird eingescannt, genau, du kannst es ausrichten hier, hast dann die Überprüfung, ob dein Scan gut war, ob alles lesbar ist und kannst es dann eben speichern. Ja, Scannable hängt hier mit Evernote zusammen, das heißt, das ist dann die Dokumentenablage, beziehungsweise kannst du es natürlich auch in Nachrichten oder per Integration in andere Cloud-Speicher ablegen und deine Briefpost auf diese Weise digitalisieren und ja, in deinem Speicher dann ablegen. Variante 3 ist nochmal eine App, wobei es ja vom Charakter nicht nur die App ist, sondern eigentlich so die ganze Dokumentenverwaltung hintendran. Ich spreche hier von Filey und Filey ist hier, ja, dein digitaler Assistent für deine Briefpost zum Beispiel. Das heißt, der Ansatz ist hier ebenfalls ähnlich wie bei Scannable, du hältst dein Handy über das Dokument drüber, es wird gescannt, es wird automatisch aber auch ausgelesen, was für Informationen im Dokument drinstecken und wird dementsprechend so in deiner Ablage dann auch abgelegt. Du siehst zum Beispiel jetzt hier, dass deine Dokumente komplett mit Tags versehen werden, die einzelnen Infos rausgelesen werden, das bedeutet, du kannst auch eine Stichwortsuche im Nachhinein in Filey anwenden, um Dokumente wiederzufinden und genau, hast so deine Post digitalisiert und auch die Daten gleich mit herausgezogen, sodass du damit auch arbeiten oder eben sie für die Verwaltung nutzen kannst. Ganz spannend finde ich bei Filey hier auch, wenn wir mal ganz weiter runter scrollen, dass sie hier eine, ja, sie nennen das Filey Box haben, das ist, ja, für das ganze Dokumentenmanagement drumherum noch ein Hilfsmittel sozusagen. Diese Box, da kann man oben sein Handy dann drauflegen und dann die Dokumente einscannen. Ich zeige dir das mal kurz hier auf der Unterseite. Genau, der Prozess läuft dann so ab, dass du dein Handy oben drauf legst, dann einen, ja, sauberen Scan hast und hier ist das ganze mal skizziert. Das heißt, dann legst du dein Papier, was du gescannt hast, in den Ordner unten drunter oder in die Box unten drunter rein. Die App weiß genau, welche Reihenfolge hier gescannt wird und du siehst, da gibt es noch einen kleinen Farbrand an der Seite. Darüber weißt du, wenn du später mal wieder ein Dokument im Original suchst, an welcher Stelle im Ordner musst du denn schauen, um das Dokument auch wiederzufinden. Das heißt, hier steckt wirklich so diese Dokumentenverwaltung, ja, nochmal sehr professionell hinten dran. Ja, bisher waren das ja eher manuelle Prozesse. Jetzt kommen wir mal zum vollautomatisierten Prozess, um deine Post zu digitalisieren. Wenn du, hier mal bei Google, habe ich mal kurz danach gesucht, das heißt, das Stichwort für diese vollautomatisierten Prozesse ist ein digitaler Briefkasten. Da gibt es unterschiedliche Anbieter. Ich habe hier auch einen Blogartikel dazu geschrieben, digitaler Briefkasten, wo wir die Anbieter ja an sich nochmal vergleichen. Das heißt, wenn du den Artikel, den habe ich dir unten drunter schon nochmal verlinkt, das heißt, da kannst du nochmal in die Tiefe eintauchen, nämlich mit dem Thema vertraut machen und auch über die einzelnen Anbieter nochmal deutlich mehr lesen. Ich möchte dir jetzt hier im Video zwei Anbieter mal zeigen, wie das Konzept funktioniert und auf was man da so achtet. Das ist zum einen der Anbieter Kaya, kommt aus Berlin, genau, ist dafür da, dass deine Briefpost eben digitalisiert wird und du sie online empfangen kannst. Der Prozess, schauen wir uns hier mal an, sieht so aus, dass du eben eine Postweiterleitung, also einen Nachsendeauftrag einrichtest und dementsprechend kommt die Post dann gar nicht mehr zu dir in den Briefkasten, sondern sie wird automatisch umgeleitet in das Scan-Zentrum eben hier von Kaya, wird dort automatisiert geöffnet, eingescannt in einem ganz sicheren Verfahren und steht dir dann anschließend eben digital zur Verfügung. Digital in der Software von Kaya, wenn wir mal weiter runter scrollen hier, hier ist die Software mal abgebildet, bedeutet hier siehst du dann, welche Briefe du bekommen hast mit dem Betreff sozusagen, du kriegst die Benachrichtigung entweder auf dein Smartphone oder auch hier per E-Mail-Benachrichtigung, dass du einen neuen Brief erhalten hast, genau, ist alles hier drin verteckt, die Daten sind rausgezogen, du kannst was wiederfinden, kannst mit Rechnungen auch Rechnungen bezahlen, also kannst mit deinen Briefdokumenten hier digitalisiert dann weiterarbeiten. Das Preismodell für so Anbietern ist immer in der Regel, ja, nach der anhaltenden Briefeanzahl unterschieden, beziehungsweise auch wie viele Empfänger du jetzt bei dir in der Familie oder alleine zu Hause hast. Das sind hier mal so die größten Unterschiede. Ein zweiter Anbieter ist auch Transfer Data. Bei Transfer Data ist es konzeptähnlich, genau, ist auch ein deutscher Anbieter, wird in Deutschland hier alles gescannt, eben diese Post-Weiterleitung, dieser Nachsenderauftrag, das ist eben so dieses Essentielle, dass die Post nicht mehr bei dir rauskommt, das heißt, du musst gar nicht mehr öffnen selber, sondern kriegst wirklich digitalisierte Dokumente an der Stelle und ja, auch bei Transfer Data hier ist es so, dass am Ende deine Post, wenn wir hier runter scrollen, in einem Dokumentenarchiv abgelegt wird, das heißt, dort kannst du jederzeit dich einloggen, deine Post anschauen und hast sie digital zur Verfügung. Originaldokumente kannst du dir auch zuschicken lassen und ja, eine Sache, was hier auch ganz spannend ist, so vom zeitlichen Ablauf her, also der Brief, der wird mit dem Nachsenderauftrag direkt bei der Post eben ja umgeleitet, das heißt, der kommt dann direkt ins Scanzentrum und die geben hier an, dass er innerhalb von zwei Stunden auch gescannt wird, das heißt, du kriegst so ein Stück weit Geschwindigkeit auch rein, wenn du ja, deine Post digital erhalten möchtest. Genau, soviel an der Stelle mal hier dazu. So, im Prinzip hast du jetzt hier vier unterschiedliche Wege kennengelernt, wie du deine Post digitalisieren kannst, von eher an manuelle Prozesse bis hin zu vollautomatisiert. Mich würde an der Stelle jetzt mal interessieren, welcher Prozess kommt für dich denn eher so in Frage? Schreib das mal gerne unten in die Kommentare rein, also bist du eher, ja, würdest du den manuellen Aufwand hier in Kauf nehmen, um deine Post zu digitalisieren oder würdest du oder testest du schon selber so einen vollautomatisierten Ansatz mit einem digitalen Briefkasten? Da bin ich sehr gespannt drauf und ja, ansonsten kann ich an der Stelle nur sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, freut mich sehr, dass du bis hier mit dran geblieben bist bei dem Video. Wenn du sagst, da sind Inhalte drin, die könnten auch jemand anders interessieren, dann gerne das Video teilen, beziehungsweise gib ihm auch einen Daumen hoch, weil dann spielt YouTube das genau den Leuten aus, die sich auch für dieses Video interessieren und für die Inhalte und das ist natürlich super wertvoll, wenn das Wissen hier an der Stelle geteilt wird. Ja, vielen Dank und ansonsten bis zum nächsten Video. Mach's gut!